Die Klappe des Großen Rats Und herzlich willkommen zurück im Spiel, wo ich jetzt mal kurz rausklicken muss und mal eben was umstellen muss und wieder reinklicken kann, wenn mein Controller das möchte. So, weil ich nämlich vorher vergessen hatte, meinen Bildschirm wieder umzuschalten. Es tut mir wirklich leid. So, wir sehen die Nichtliebenden. Die sehen eher aus, als ob sie streiten oder so. Wir gehen mal nach rechts. Ach, das bringe ich, die sich so komisch anhört, oder? Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich die Kiste nehmen. Oh, scheiße, ich wollte die dem auf den Kopf hauen. Achso, ja, ja. Hier, der muss schon was dran setzen. Da kannst du die Kiste dran machen. Ja, okay. Ah, okay. Die nächste dran machen da los. Komm ich, doch jetzt komme ich dran. Kann man die Holzkisten auch dran machen? bestimmte Punkte verankern. Ah, ah, ah. Äh, ich bin weg. Ähm, du kannst da hoch. Ich bin jetzt. Da oben ist es. Gehst du da. Kannst du dich holen. Die ist hier oben drauf. Ach, da. Die soll ich den kaputt machen. machen. Ja, mach das. Ich schon mal weg. Okay. Das geht nicht, wie ich gehofft hätte. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich jetzt da hoch? Komme ich überhaupt da hoch? Nicht! Das war optimal und du hast es jetzt kaputt gemacht. Die macht alles kaputt, die Frau. Was willst du denn jetzt von mir? Ich wollte da hochkommen und du hast mir nicht geholfen. Ich muss jetzt hier wieder hoch. Du musst da eine Kiste hinmachen hier. Ich kann da keine Kiste hinmachen. Hier vorne hin. Guck mal, ich habe die gar nicht unter Kontrolle. Die bewegen sich immer dahin, wo du bist. Und dann hauen die dir so runter auf den Kopf. Ich muss weg von der. Ich muss mit nach hier oben. So, also. Was willst du hier? Wie willst du die Dinger denn haben hier? Ich muss auf die Platte da schießen können. Also, guck mal. Nein, nein, nein. Auf die andere Seite. Ja, 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 ja. Das ist immer nur ein Schrein, ne? Kannst du den mal so gerade machen? Kann ich den nicht ein bisschen drehen? Mach mal gerade. Ja, so. Nein. Nein, das steht jetzt aber ein bisschen blöd. Doch, war optimal. Jetzt mal. Äh. Äh. Äh, ist das jetzt offen? Nein, mach mal weiter. Jetzt. Jetzt ist es offen. Lalalalala. 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 Äh, was ist das? Da. Nein. Oh. Okay, so nicht. Ähm. Nein, das war... Warte, warte, warte. Oder? Ja, gut. Für dich geht's. Ja, du könntest es auch so nutzen, ne? Ja, da komm ich aber so nicht ran. Aber da ist noch was, was wir nicht gewohnt haben. Ja, da wollte ich eigentlich die Kiste drauf machen. Ich hab gewechselt. Ich hab immer noch gewechselt. Nein, da wollte ich nicht drauf. Doch, doch. Ah, da, genau. Nein, nicht schießen. Ach, da wollte ich nur... Was machst du denn da? Lalalalala. Ach, wie, wie hab's mit der Bomben, ey? Nein, ernsthaft? Du bist echt so... Du bist echt so ein Bombenleger, ey. Hier gibt's ja bloß keine Waffe. So, ne, wie kommst du jetzt da hoch? Ja, das weiß ich ja grad nicht, weil du hast das Ding nicht nach vorne geschoben. Doch, das steht hier vorne. Aber ich kann da nicht... Ich kann da nicht hoch. Mach das mal mit dem Zauberer ein klein wenig nach oben. Was ist denn das da links? Ja, lass fallen, lass fallen. Nein! Ach, äff dich doch! Komm ich ja nicht mal hoch. Meine Fresse, ey. Ist hier echt unlexibel. Was ist das? Nein! Oh, wieso schießt der? Au, ich hab abgeschaut. Schießt der vor allen Dingen auf dich? Weil ich's kaputt machen kann. Oh, was ist denn hier für ein Loch im Boden? Im Boden ist ja... Das hast du gerade da reingemacht. Warte, ich guck mal. Nein! Äh, nein! Oh, da ist er. Ja, ja, ja. Ich muss wieder da hoch. Ich komme... Das sind überall so Geheimgänger. Das musst du sein. Mach mal auf. Welchem Zweck dienen denn kleine Tiere? Das ist ein Kuhpferd. Oder ein Teufelspferd. Ein Kuhpferd? Bist du doof? Wieso gehst du eigentlich nicht rein? Ja, guck mal, der hat... Ja, der hat zwei Körner. Ja, aber warte mal. Wieso? Ach so, das war wahrscheinlich nur wegen dem Kampf, oder? Dass du dich da... Ja, wahrscheinlich, ja. Weil da oben sehe ich nämlich jetzt nichts. Hier sehe ich was. Haus auf dem Boden! Okay. Aua. Du kannst mich mal. Hm. Nee. Von der anderen Seite ist da so ein... Ach so, warte mal. Prallt ab. Kannst du das holen hier mit Dings? Kannst du das bewegen mit deinen Fähigkeiten? Nee. Ich habe gerade auch schon probiert. Ähm, ich kann... Ah, genau. Mach mal das da hin. Nein, danke. Jetzt ist es kaputt. Was denn jetzt? Ja, eben war es perfekt. Was war denn perfekt? Als das so hoch hing. Bevor du mal wieder da... So wie jetzt auch wieder das dazwischen gemacht hast. Was hast du gemacht, damit das hochging? Du bist da oben? Geh mal mit der Kiste nach oben, dann geht es nicht. Kann ich nicht mehr. Was hast du gemacht, damit das nach oben ging? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Irgendwas hast du gemacht, dass das nach oben ging. Wenn du das nicht wiederholen kannst, kann ich das nicht hoch machen. Ich habe nichts gemacht. Das war ein ganzes Stück weit nach oben. Ich weiß nicht. Ja, du hast da rumgeschossen. Ich war es nicht. Nein. Und dann ging es halt, wie gesagt, ein ganzes Stück nach oben. Du hast es in der Hand? Dann gib mir mal den Zauberer, wenn du es nicht machen möchtest. Nee, der Zauberer hat nichts damit zu tun. Du warst das mit dem Bogenschützen. Was auch immer du gemacht hast, mach das nochmal. Ich habe nichts gemacht. Lass das Ding doch mal da. Ja, ich habe nichts gemacht. Ich kann nichts machen hier. Weil das muss wieder so ein Stück nach oben gebogen sein. Ja. Na, warum ist das jetzt zurück? Weil das immer wieder zurückgeht. Nein, das ist eben nicht zurückgegangen. Aber doch nicht. Ah, guck mal. Ja, aber du hast ja wieder nichts gemacht. Mach das nochmal. Das reicht aber nicht. So, jetzt. Kann ich das irgendwo hier dran machen? Ja, wie wäre es erstmal mit dem Hebel? Huh! Was ist das denn? Und das ist Antifrede, was wir ringe. Mein Erzfeind. Interessant. Als wolle jemand einen Zauberer bremsen, der Dinge schweben lassen kann. Huhu! Was ist das für eine Scheiße? Ich kann nicht alles auf einmal hier bewegen. Ah! Hm. Was ist das? Das müssen wir aber hier drauf kriegen, oder? Ein Magiebrunnen? Hm. Ach, den musst du ziehen, denke ich mir mal. Ja, aber du brauchst dieses andere Ding. Die Plattform musst du unten hin machen. Ah, ich kann nicht beides gleichzeitig. Warte mal. Kann ich jetzt hier irgendwie erstmal runter gehen? Hallo? So. So, und jetzt zieh den mal hoch. Womit? Ich kann ihn nicht ziehen. Mit deinem Seil? Oh, ist das eine Scheißarbeit, wenn du fünf Knöpfe gleichzeitig drückst. Dieser Duft. Die königliche Küche. Wenn das hier vorbei ist, müssen wir ihr einen Besuch abstatten. Das duftet himmlisch. Wenn ich vielleicht auf der anderen Seite machen soll, oder? Du? Kannst du hoch? Ah. Die hätten wir verbinden können. Achso. Ja, wollte ich ja gerade. Das hat sich jetzt gedreht. Problem ist, kannst du den nicht außer Mitte da dran machen mit diesem Ding? Außer Mitte? Ja, dass das mehr zu dem Ding rüber geht hier. Ja, ich habe dich eben gefragt. Oder soll ich das Brett, falls ich das nochmal loskriege, zum anderen hin machen? Nein, ich weiß ihn nicht. Ist egal, wo das ist. Ich meine, ich kann auch das dran machen. Das wäre auch nicht das Problem. Ich weiß nicht, ob das für dich jetzt besser ist. Also, die sind auf jeden Fall schon mal. So. Aber jetzt haben wir links nicht geguckt. Oh, ob da was war, ne? Wir bleiben einfach hier oben stehen. Ah. Unten ist aber ein Hebel. Ähm. Da kommt man von rechts rein, ne? Ja, das musst du aufschießen. Das musst du aufschießen. Moment, ich muss mal irgendwas machen, dann komm mal wieder hier hin. Was machst du denn hier? Nein, da oben. Sollte ich dir erst wegen herkommen? Ne. Den Hebel hattest du gemacht unten. Welchen? Den hier, ja. Da, den. So, hier ist irgendwas. Rechts ist auch nochmal ein Hebel und hier hinten ist auch was. Hier musst du deine Kugel. Hier kommt die Kugel raus. Ich kann mir nichts anvisieren. Achso. Oh. Okay. Antischwebe-Materie schmilzt bei Kontakt mit Wasser. Achso. Ah. Ah. Warte mal, dann. Du musst da unten ein Dings drüber machen. Kann man denn hier irgendwo noch ein Brett, was man sonst noch... Ne, du kannst dein Brett dahin machen. Ja, dann kann ich aber nicht hoch machen. Weil mach doch erst mal dein Brett dahin. Was uns viel bringt, wenn ich dann nicht hoch machen kann. Mann, um es zu testen, ob es überhaupt geht. Erst darum geht es mir. Mann, ist es so schwierig. Ups, das wollte ich das so. So, komm ich nicht ran. Da musst du mir das hochheben. Wie soll ich dir das hochheben? Du kannst nicht hochheben. Ah, warte mal. Doch, hier. Hier. Warte mal. Jetzt musst du den anderen nehmen. Okay, warte mal. Nein, nimm du die Tante und hol das Ding. Achso, ich soll das holen. Ja. Warte. Das war schon erledigt. Oh, ich bin weg. Ach, da komm ich gar nicht hoch. Oh, 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 oh. Ach, das geht wieder runter. Was dachten wir das so? Das geht wieder runter, Schatz. Ach, da oben ist so ein Ding noch. Ach, du Scheiße. Ja, geil. Das ist ja mal toll gemacht. Ähm, muss das noch das Wasser rein? Der darf doch nicht. Ich habe doch gesagt, Wasser ist schlecht für das Ding. Du kannst es aber achso, du musst es springen. Oh, ich muss es da dran, Ding. Nee, oder? Nicht so. Ja, aber da musst du es doch dran festmachen, eventuell. Nee, nee. Scheiße. Mach das Teil mal bitte da weg. Ja, ich versuche das so nach links zu kriegen gerade. Aber ich kann es nicht hochheben. Das ist ja total scheiße. Ach, wie kriegen wir denn das Wasser? So. Achtung! Ja, muss was nachgeben. Muss was nachgeben. Ja, wie kriege ich den jetzt da rüber? Warte mal, ich muss da rüber gehen. Ich hätte es schießen müssen. Nein, jetzt ist es gut. Äh. Ach so. Aber das Problem ist es. Mach mal einen anderen, mach mal einen anderen. Du musst aber jetzt hier rüber kommen. Nicht abschießen. Doch, abschießen. Nein. Ach, Scheiße. Ja. Och, ey, das hätte man anders machen können. Was ist hinter dir? Ja, das bringt mir nicht viel. Ich muss mich da dran hängen. Nee. Ach so, da müsstest du mal eben den Zauber machen. Ich komme da nicht mehr hin. Ey, was war jetzt? Hä? Also kann ich nicht den Dicken machen? Was ist jetzt los? Ja, den hab ich doch. Wenn du so schnell hin und her wechselst, kann ich nicht mehr wechseln. Ich hänge hier nur. Oh, oh. Okay, das war zu wenig. Scheiße, ey. Nein, noch nicht rollen. Aber wieso rollt der so schnell? Du kannst dich doch da draufstellen. Dann kannst du das so selber machen. Frage ist nur, ist das kurz genug? Also ist deswegen das Ding links? Das kann natürlich sein. Ah, okay. Dann haut der mir das auf den Kopf. Nein, ich hab's abgeschossen. Ja, wir können jetzt noch rüber, oder? Ja, geh du erstmal. Dann wechsle ich eben zur Bogenschützung. Das ist einfacher, als wenn ich da jetzt irgendwie rumhandiere. Wenn ich umstalten könnte. Naja, oder so. Du kannst auch ins Wasser springen einfach. Der ist eben automatisch nach links gesprungen. Oh, fast voll. Wir sahen so schlecht. Auf dem Wand behangen wird Fräulein Sunny erwähnt. Fräulein Sunshine Hortensia Argenia Krontal. Was? Hallo, ich will ihn kaputt hauen. So geht's auch. Was ist das denn? Jetzt hänge ich zwar hier drunter, aber so geht's auch. So, wir müssen links hoch. Wie kriegen wir das Ding denn jetzt nach links, ja? Du kannst das doch teleportieren. Zieh das doch mal rüber, das Teil. Dann zieh ich das dann ab. So, warte mal. Dann müssen wir das... Hä, was soll das denn? Das gleiche, was du auch hast. Was ist das denn? Warte mal, das ist keine Kugel von mir. Das Problem ist nur, das ist halt nur kurzfristig. Wenn du mit der Bogenschützin da hoch springst, nur dann geht das natürlich direkt runter. Ja, die kann, finde ich, ein bisschen höher springen. Die Frage ist jetzt nur... Ich sehe hier nichts. Ach so, warte mal. Ich glaube, ich hätte das auch anders machen können. Hier sind wieder so Geschütze, ey. Meine Fresse. Ich bin unterwegs. Ist weg, das Geschütz. Ich hab's weggekommen. Oh! Ja, es war so klar. Da hat immer wieder eine Blödsinn in den Koppers hier. Ich hab hier einen Headshots verpasst. Was ist das denn da oben? Warte mal, ich komm mal. Oh. Herbsel. Ist links noch irgendwas? Hast du mal geguckt? Weiß ich nicht. Guck mal. Oh? Oh, das war knapp. Ja, eine Vase. Nee. Ui. Ui. Schade. Hätte ja blöcken können. So, warte mal. Das geht nach unten. Was ist mit dem für eine Zucke? Ey. Hallo? Ja? Kannst du mich mal... Ich fahr jetzt nach unten, so. Oh, scheiße. Äh, da kann man nicht hin. Ich glaub, du musst mit dem nach links und dann nach dran springen. Dann geht das, glaub ich, runter. Hä? Ach, scheiße. Wie kann ich denn da hinschießen? Hier hinter. Ich muss irgendwie hinter schießen können. Ja, aber wohin musst du dann? Du meinst noch links dahinter. Den Falk... Äh, den, den, ähm... Den Schalter kannst du nicht umschießen, denk ich mal, ne? Nein, da komm ich ja gar nicht hin. Ich muss das Seil oben umschießen. Ach, da! Ja, warte mal. Dann, dann... Dann mach das mal so. Äh, hallo? Geht's noch? Geh weg, das ist meiner. Das ist schon mal ganz gut. Ja, so war das jetzt nicht gedacht. Ich hab jetzt gedacht, du machst das über die Bande halt, ne? Wie beim Billard. Aber so geht's natürlich auch. Ähm... Ich bin eher der direkte Typ. Oh, da... Seitwarn. Schnauze. Warte mal, wenn du da hochspringen willst... Wieso komm ich jetzt nicht mehr da in die Tante? Weil du das mit dem anderen machen musst, meine ich. Nein, ich bin eben da so drangesprungen. Jetzt geht's nicht mehr. Du zitterst da hinten. Kannst du mal bitte weggehen da? Das ist ja schlimm. Ich zittere hier überhaupt nicht. Ich stehe hier nur. Du kannst natürlich auch hier oben noch ein Dings ran machen. Noch ein Seil dran machen. Wenn das wirklich dein Föcker ist. Riecht mir aber nix. Problem ist, ich komme ja nicht da rüber. Du sollst ja auch schwingen. Mann. Ja, das ist ja toll. Muss ich mich hier anhalten. Die kannst du aber nicht schwingen großartig, weil du an der Wand bist. So, die Frage ist jetzt nur, was hat uns das jetzt gebracht, dass ich hier bin? Du musst jetzt hoch und dann gleich nach links. Ja, ich seh hier nichts. Achso, und da drüber meinst du springen? Ja. Aber ob du das mit dem machen kannst, weiß ich nicht. Nein, falsche Richtung. Er springt aber auch nicht so, wie ich will. Also nicht so schnell. Doch. Tschüss. Jetzt schalte ich dich wieder nach unten. Achso, stimmt. Ich muss hier auch mit. Boah. 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 Boah, wieso zieht sie nicht dahin, wo ich hin? Boah. Ich hasse diese Blut. Fall du dich angebunden hast, damit du nicht geklaut wirst, oder was? Hä? Ich hab dich hier nirgendwo angebunden. Du hast dich an das Ding angekettet hier unten. Bunt uns das jetzt irgendwas? Ja, da oben ist Wachs an der Bode. Da oben ist mir drauf. Ach du Scheiße. Probier mal. Und dann? Ich seh nix. Okay, also ich hab was Grünes geholt, aber wir müssen wahrscheinlich nach rechts weiter. Wir müssen unten das Tor öffnen, aber wie? War da kein Schalter oder irgendwas mehr? Ich hab nichts gesehen. Das bringt uns auch nix. Naja. Ja, geil. Ja, super. Kann das sein, dass man das irgendwie drehen muss hier? Nee, ne? Ja, hab ich auch schon gedacht. Aber was bringt dir das denn? Mach das nochmal ab hier. Warte mal. Boah. Weil da ist ein Zahnrad dran, ist das so komisch. Das hat da noch ne Bewandtnis irgendwie. Kannst du das ziehen? Schieß mal. Warte mal, schieß mal da durch vielleicht? Hab ich schon probiert. Also das blockiert. Das muss in die andere Richtung. Warte mal eben. Da blockiert's aber anscheinend auch. So, so, ja. Irgendwie musst du mich ziehen. Irgendwie. Oder da drauf gehen nochmal. Keine Ahnung. Ja, das ist aber schon mal ganz gut so. Du musst jetzt... Ja, aber da zieht sich ja nichts hoch. Ja, wahrscheinlich, weil wir mehr Umdrehung brauchen als nur so ein bisschen. Ah, nein! Ja, genau. Der hat ne Anzeige da dran. Aber das geht so nicht. Warte, 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 warte. Der hat ne Anzeige. Oh, Mann, warum haust du mich die ganze Zeit? So kann ich nur gerade ausschießen. Warte. Das bringt aber auch nichts, oder? Kannst du nicht mit... Ach, nee, das kannst du nur nehmen, ne? Verbinde nochmal eben hier das Ding mit dem... Dass ich da nochmal hoch kann. Buh. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwas bringt, dass wir das Ding... Doch, warte mal. Dann könnte ich eventuell da drauf stehen. Du kannst das runterhangeln. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt... Nee, muss das da nicht nach links gezogen werden? Warte mal, mach das mal... Geht ja nicht. Mach das mal einmal genau andersrum. Es geht nicht nach... Sag mal, wie oft soll ich dir das sagen? Da ist ein Zahnrad, was das blockiert. Es geht nur in die eigene Richtung. Aber es muss weiter rumgehen. Das ist das Problem. Das war das Falsche. Äh, ja, warte mal. Können wir das... Kannst du das auch so dran... Oder so, ja, mit dem. Dann könntest du hier vielleicht besser ziehen? Ja, wenn du jetzt auf das andere draufgehen würdest... Könntest du da mit dem Dicken vielleicht noch was machen? Ja, lass mal los. Wie, lass mal los? Ja, lass mal los, damit das hier runter geht. Ja, weiter, weiter, weiter. Hol das Ding. Na? Ja, hallo? Ja, sieh's mal. Na, du? Wer ist denn immer noch an der Tür? Die Waffenkammer ist nicht weit entfernt. Sollen wir uns dort bedienen? Oh, sehr gute Idee. Wir teilen uns auf. Ich seh mich hier mal um. Aber, da wir gerade so schön im Flow drin sind, machen wir hier einen kleinen Cut. Und die Waffenkammer sehen wir dann in der nächsten Folge. Wir sind jetzt hier doppelte Lottchen. Wir sind so schön im Klo drin oder so. Wir sind das doppelte Lottchen. Lauf nicht weiter. Wir müssen doch den Cut machen. Ja, wir machen den Cut hier. Cut, Cut. Ja. Ich schau mir mal ins Spiegelbild. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Aua, 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 aua. Bumm, 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 bumm. Daum. Geh weg. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Und dann darfst du mich auch gerne abonnieren.